Moin! Willkommen in Magdeburg. Hier fahren bei der Straßenbahn einige Tatra-Gelenktriebwagen des Typs KT 4D. Sie wurden vor wenigen Jahren gebraucht aus Berlin gekauft. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe besitzen auch noch vierachsige Triebwagen des Typs T6A2 und Beiwagen B6A2. Ein Zuschauer schrieb mir, dass ein Tatra-Großzug aus zwei Triebwagen und einem Beiwagen oft in der Abendstoßzeit auf der Linie 2 fährt. Ich habe in den Aussatz-Vergang besitzt. In der Nähe can 你 gerade mal etwa 10? Ich wande den Strandbau Amelia über每rat seitdem zurück. Ich war ein Sorry с uns texted daran. Ich bin heute zugreus. Der King Wiener Der ancora etwa 10? Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin von Rostocker Straße bis Magdeburg-Eichenweiler mitgefahren. Abends fahren hier viele Straßenbahnen zum Betriebshof Nord. Die meisten Bahnen haben daher nur wenige Fahrergäste. Damit sag ich Tschüß und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017